ja okay 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 jetzt haben wir was habe ich nie vorher daran gedacht egal das tut mir leid bin ich zu doof manchmal aber egal jetzt haben einen abgelenkt aber hatte vielleicht Vielleicht sollten wir noch vorher mit ihm reden. Scheiß drauf. Obwohl doch, doch. Um so zu tun, als ob wir... ...als ob wir besorgt wären. Ich... Ich kann nicht mit ihm reden. Nee, anscheinend nicht. Schade. Okay, okay. Ich habe gedacht, ich würde noch so... ... jetzt so Schauspieler und ihn fragen. Was ist denn nur passiert? Wie passiert denn nur sowas irgendwie? Einer scheinheilig zu tun? Aber naja. Okay, dann gehen wir mal rein. Was ist hinter der Stahltür? Äh, Stahl. Stahltür. Ist wieder dunkel. Okay, 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 okay. Kenny, Kenny, Kenny. Okay, ich mache es jetzt. Es geht jetzt los. Ich habe ja jetzt auch das richtige... ...essen. Mom, Dad, Dinnertime! Es ist Dinnertime! Okay, Honey, lass uns das. Dad, Dad! Komm mal, lass uns essen! Kenny, komm mal, Honey. Kenny, komm mal, nicht die Kinder warten. Ich mache dir eine Entschuldigung. Ich mache das für dich. Schau das Ding weg! Okay, okay. Gut, was ist dahinter? Ich habe jetzt auch das geeignete... ...werkzeug dafür. Ob will ich das sehen? Egal, scheiß drauf. Los geht's! Hm, was ist dahinter? Ist da ein Monster dahinter? Oh, Mann, ich weiß es nicht. Was ist da? Oh, mein Gott. Was zur Hölle? Ach, du Scheiße. Scheiße! Was zum Teufel ist das? Hm. Ich habe an etwas anderes gedacht. Aber nicht sofort an den Aspekt Jagd. Oh, Brenda, du bist ein Engel. Entschuldigung, Max. Wir mussten die Rückseite drücken, nachdem ein Walker auf die Strecke kam. Nichts Wörter, das war ein bisschen vor, und es ist noch nicht in die Strecke zurückgekommen. Oh, kacke, habe ich erst mal verkackt bei denen. Das ist noch nicht in die Strecke zurückgekommen. Baseball-Pokal. College-Abschluss. Ah, das brauche ich mir nicht anzugucken. Medizinschrank. Ne, hier soll ich nicht hin. Das ist abgeschlossen. Hausierschaum. Flasche. Kiste. Kiste. K?! Kiste. Soll ich mir nicht die Hände da waschen? Geh zurück. Lee, geh zurück. Na, egal. Scheiße. Jetzt bin ich schon auf dem Weg. Ich kann nicht zurückgehen. Oh, fuck. Schlafzimmertür. Schranktür. Was ist das für ein Kabel hier? Stromkabel. What the hell? Was ist das? Was machen die? Ansehen, Handtuch, Medikamente, Kerzenschachtel, Morphium. Scheiße, die betäuben die Leute. Fuck. Ansehen, Mülleimer. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. I.V. Tube, salient. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Scheiße, ich, ich fühl gar nicht gut dabei. Medikamente. I guess someone needed some first aid. Ach so, was hatte ich schon eben? Kerzenschachtel. Wozu Kerzen? 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 Ja, macht Sinn. Okay, Ansehen, Handtuch. Zurück. Was machen die? Betäuben die Leute? Was ist mit meinem Kumpel? Oh, ich hab eklige Gedanken, Leute. Was ist das? Untersuchen Flecke. Ansehen, Bad, nein. Flecke zu untersuchen. Ist das Blut? Das ist von Mark, hoffentlich, ne? Farnbücher, Kekbücher. Nichts aus dem Ordneren hier. Mach das auf. Was ist dahinter? Tun Sie Mark irgendwas an? Warum verstecken Sie das? Was sind das für Menschen? Ich denke gerade so Horrorfilm mäßig, wisst ihr? Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht essen. Wir müssen runter. Wo ist Clementine? Nicht essen! Was? Uh-huh. Lee, Jesus, Mann. Hast du was gefunden? Oh, schau dich an, Lee. Lee, diese Frau hat dir ein Essen gemacht. Ja, Lee. Was hat dich in geteilt? Oh mein Gott. Ihr esst Menschenfleisch. Mark ist oben unter keine Beine. Mark ist oben unter seinen Beinen. Du siehst ihn. Was ist verrückt? Was ist das? Du schraubst die Kinder, Lee. Lee, was ist mit dir falsch? Nicht ihn, Lilly. Es gibt immer etwas mit diesem Mann. Was ist das? Geh da oben und seht selbst. Was ist passiert? Ich wusste es. Sie essen die Menschen. Es ist wahr, Lee. Oh mein Gott. Lass uns einfach gehen. Und lass uns einfach gehen. Andy ist richtig. Wir gehen nach Leuten, die immer sterben werden. Eine Art oder andere. Wie ihr. Alter. Lilly, schnapp dir einen. Herr. Kenny, hol deine Waffe. Kenny, nein. Keiner geht irgendwo. Wir haben viele Verwendungen für euch. Wir sind alle hier hier. Lass dich auf. Die fucking... Was? Lass deine Waffe runter. Wir gehen hier raus. Wir gehen hier, meine fucking Familie. Ich will nicht sterben. Wir sind im Arsch. Alles kommt wieder. Jeder? Alles wird okay. Lee? Lee? Alter. Ich bring dich um. Lass sie los. Lass dich von ihr, du sonnige B****! Oh mein Gott. Ist das Mark? Scheiße. Oh mein Gott, was für kranke Bauern. Was ist passiert? Alles in Ordnung erstmal. Woher sollte ich das wissen, Digga? Es wird okay sein. Ich werde hier einen Weg finden. Okay, Kenny. Lecksteine. Untersuchen. Okay. Kenny. Ansehen. Paletten. Können wir hier einen Halt hinter diesen Paletten? Nein. Das wäre echt zu schön gewesen. Was ist das? Kisten. Ansehen. Regale. Nein, 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 nein. Wir müssen diese Steine benutzen. Ansehen. Kisten. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Erstmal will ich nochmal reden. Kenny. Okay, okay. Was ist mit dir? Oh nein. 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 Er hat sich zu schmerzen. Ich denke, er hat einen Herzschrank hatte. Oh nein. Oh nein. Er ist tot. Er ist tot. Somebody, helft mir! Oh nein. Er ist tot. 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 Er hat einen Schmerz gesehen. Er hat einen Schmerz gesehen. Wie schnell er hat. Was sagst du? Oh nein. Ich bin sorry. Ich bin wirklich, wirklich. Aber in ein paar Minuten werden wir in einem schmerzen Raum mit einem 6'4", 300 lb. Oh, scheiße. Ja. Ihn wiederbeleben oder umbringen. Ich weiß es nicht. Lilly kann ihn immer noch retten. Lilly kann ihn immer noch retten. Ich wünsche, sie könnte. Ich glaube. Aber dieser Mann ist tot. Ihr beide wisst, was nächstes passiert. Schau, Kenny. Zurück in der Drogstelle, als wir alle glaubten, dass Duck gebeten wurde. Ich habe ihm den Vorteil der Gefühle. Vielleicht sollten wir das gleiche machen. Das war anders. Duck wurde nicht gebeten. Komm schon. Wir wissen, dass dieser Mann es nicht wird. Oh mein Gott. Erinnern, was Ben gesagt hat. Du musst das Gehrein. Komm schon, Lilly. Du kannst nicht in der Mitte sein. Du musst dieses Mal haben. Gott sei Dank, Lilly. Ich brauche dich. Bitte hilf mir. Oh mein Gott. Komm schon. Du bist richtig, Kenny. Komm schon. Du verdammte Monster. Die beiden von euch. Ich will nicht sehen. Ich bin sorry, Lilly. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das mach nicht. Aber er wird sich verwandeln. Er wird sich verwandeln. Es tut mir leid. Lass mich weg. Nein, bitte. Oh, es tut mir leid. Nein. 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 Oh. 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 Scheiße. Gott helfe uns. Ich bin sorry. Ich weiß, dass... Ich weiß, dass... Du nicht so schaffst mich. Clementine. Clem. Du bist okay? Warum, ich? Lilly sagte, er war nicht tot. Er war tot, Clementine. Aber was, wenn er nicht? Er war. Ich versuche es dir. Oh, Mann. Ich weiß. Ich weiß. Aber du musst jetzt stark sein. Ich brauche dich stark sein. Ich brauche dich zu stark sein. Denk auf etwas anderes. etwas hoffentliches. Wie was? Und was denn zum Beispiel? Dein Walkie-Talkie. Ein sicherer Ort. Irgendwas sicher, wo keine Monsters dich finden können. Wir werden raus raus, oder? Du hast einen Weg raus gefunden? Ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Geh weg. Ich kann nicht mit ihr reden. Das wird nichts. Was ist damit? Ja, wir haben das doch. Ja. Ja, wir haben das doch. Ja. Ja, wir haben das doch. Ja. Nein. Nein. Eine Münze. Eine Münze. Untersuchen. Schraube. Es kommt nicht davon aus. Okay. Wir brauchen also... Eine Münze. Hast du eine Münze? Das Kühlaggregor können wir uns auch auswählen. Wir sind jetzt auf uns allein. Ja. Ja. Ich glaube, nur Lilly hat was. Also, so wäre das... Oh, Mann. Lilly, ich... Sorry. Nicht mit mir, Lee. Nicht mit mir. Du musst dich... Ich weiß, du hast Kenny. Du musst dich zusammenreißen. Bewegen. An. Ich weiß, du hasst Kenny. Und ich auch. Aber er hat getan, was er hatte. Damit wir alle leben können. Für was? Er hat seine Familie. Und du hast Clementine. Ich habe nichts. Du hast mich mit nichts. Ich denke, ich habe einen Weg gefunden. Aber ich brauche etwas, um die Schrauben auf den Konditioner zu entfernen. Wenn du etwas hast, was ich als Schrauben benutze? Oder ein Koffer? Nein. Was für ihn? Ich weiß, das ist eine schlechte Zeit für ihn. Aber nach dem Motorhof... Larry... Larry hat etwas gesagt, um die Koffer zu halten. In anderen Worten, mein Vater ist mehr hilfreich für dich, als in der Leben. Wenn er lebend war und die Schlüssel hat, um uns hier rauszukommen, würdest du, dass er es sich selbst behalten würde? Was willst du? Meine Glückwunsch, um seinen Koffer zu lösen? Deine Verpflichtung. Mach was du tun musst. Oh, Mann. Hast du eine Idee, welchen Koffer er uns verändern muss? Du bist eine verdammte Vulture.